moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem burger king churros erdbeer soße ab jetzt geht's los wir können leckerste feinste churros bei burger king konsumieren 250 gramm ist ein sehr guter wert hier was sagt bk dazu ab jetzt können wir die köstlichen churros bei bk genießen außen knusprig innen herrlich lecker und bestäubt mit zimt und zucker sind sie unwiderstehlich zum dippen gibt es ein fruchtiges süßchen dazu und die können wir nicht länger entbehren wenn wir hier die erdbeer version konsumieren sind das 507 kilokalorien 70,6 gramm kohlenhydrate davon 14,3 gramm zucker 18,8 gramm fett davon gesättigte verzeihung 6,6 gramm und eiweiß 7,9 gramm salz ist auch noch mit am start mit 1,6 gramm das ist aber schön denn es schmeckt wirklich gut churros ist eine iberisches fettgebäck die länglichen krapfen bzw spritzkuchen mit sternförmigen querschnitt werden aus den aus einer brandmasse zubereitet in heißem öl frittiert und mit zucker bestrichen sie werden häufig als chocolate conchurros serviert und sind auch in lateinamerika in marokko in südwesten der usa und auf den philippinen verbreitet jetzt bringt burger king die dinge auch nach deutschland und ich muss sagen die dinge schmecken wirklich gut also es ist sehr süß die erdbeer version ist sehr sehr süß aber wer süßigkeiten mag wird das hier lieben die churros erdbeer soßen version ist nämlich echt nice am start die churros sind fluffig sie sind lecker in der konsistenz mit dem zimmer zucker obendrauf noch mal süßer und noch mal leckerer und sie schmecken sehr gut mit eis zusammen vielleicht holt ihr euch noch ein leckeres eis dazu und dann könnt ihr da ein bisschen eis dip dazu machen das finde ich auch voll geil und nice aber auch so schmecken sie äußerst schmackhaft denn die erdbeer soße bei burger king ist eine echt leckere soße auch wenn man merkt dass da viel zucker drin ist setzt nicht die reine hundertprozentige erdbeere da drinnen klar aber ist nicht schlimm schmeckt gut nur denkt daran abends euch die zähne zu putzen danach denn die judos erdbeer soße ist ein echt zahnschmelz killender nachtisch ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun oh bewertung ganz vergessen acht von zehn punkten gibt es für die leckerei hier